Ja, also ich kann es mir schon vorstellen, dass natürlich die Fans sich danach gesehnt haben, mal wieder Profifußball hier zu sehen am Böllenfalltor. Und man hat das halt auch in jedem Spiel gemerkt, dass jeder das unbedingt wollte. Auch wirklich jeder Spieler, jeder Betreuer, jeder Fan, mit dem man hier in der Stadt geredet hat, die haben uns immer auf die Schulter geklopft und haben immer gesagt, ihr schafft das, wir wollen das unbedingt. Und das kriegt man schon mit als Spieler und das hat uns stolz gemacht, hat uns nochmal gepusht und das war echt so, habe ich das noch nie erlebt.